Hallo Paraguay Life! Liebe Grüße aus Paraguay, ich bin der Pit. Heute zeigen wir euch, was denn? Ein Bauernhof. Also, falls Interesse besteht, bleib mir einfach dran, okay? Tja, viele von euch haben halt gefragt, Pit, zeig doch mal einfaches Leben auf dem Lande. Nicht nur Luxus, aber wie leben wirklich die Paraguayer? Nichts Einfaches, wir sind einfach gefahren zwischen Altos und Adera. Haben einen schönen Ausflug gemacht und da haben wir einen kleinen Bauernhof gefunden. Also praktisch, typisch, paraguayisch, okay? Zeige ich euch. Da haben wir ein kleines Paradies, das haben wir entdeckt. Da haben wir uns da gucken, wie die typischen Paraguay-Jos leben. Seht ihr? Schön gepflegt. Hier haben wir im Prinzip das Wald. Hier haben wir Pferde, das Pferd. Hier schön nochmal die Galinas. So kann man leben. So kann man leben. so ein Schwein, das muss ja schmecken. Hier alles grün. Chics, chics, chics. Hey! Tira! Bueneduc. Buenuger. Wenn du ArAM bei? Ja, 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 ja. Du, 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 du. Das war wieder zurück in Piriwebui. Znowu, wieder zurück in Piriwebui. Und hier haben wir sogar eine Tabrize, eine Willkommensstaffel. Und schön, also ich war begeistert, ich bin 15 Jahre von Paraguay schon begeistert. Einfaches Leben, Ökologie. Und auf die einfachste Art und Weise. Also wirklich top, top, top. Da muss man nur von den Paraguay lernen. In diesem Sinne, ja. Und wie gesagt, die Grundstücke dafür haben wir. Also einfach sich bei uns melden. Okay, danke. Bis zum nächsten Mal. Und immer Daumen nach oben. Ciao, ciao.